Liebe Frau Blume, lieber Herr Rockendorf, erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ganz herzlichen Dank an das ganze Team, bestehend aus EFZN, ISFH, Klimaschutzagentur, der Uni und natürlich auch dem ELBEC für die gesamte Vorarbeit, weil ich glaube, das ist in unseren Zeiten nicht ganz einfach gewesen. Wie geht man jetzt mit solchen Veranstaltungen um? Aber bei dem Thema, das wir haben, stellen wir fest, wir haben keine Zeit. Eigentlich ist Corona zu einem denkbar ungünstigen, ist sowieso denkbar ungünstig, aber zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt gekommen, weil viele der wichtigen Gespräche für ein Thema wie Klimaschutz leider nur in anderer Form möglich waren und nicht so direkt, wie es eigentlich gut wäre. Insofern freue ich mich, dass wir es heute hybrid haben. Bin mir sicher, im nächsten Jahr kriegen wir es noch weiter ausgeweitet hin. Aber ich glaube auch, dass diese Kombination schon wirklich gut ist und dafür ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie das gemacht haben. Herzlichen Dank auch an diejenigen, die heute dabei sind als Referenten, als Mitdiskutanten, als diejenigen, die auch sich mit Fragen und Ideen einbringen. Und ich glaube, dass das ein hervorragender Zeitpunkt ist. Die Zielsetzungen, die wir in Berlin jetzt erlebt haben über den Koalitionsvertrag oder sagen wir mal die Beschreibung dessen, was wir uns vornehmen, zeigen, dass wir jetzt in Berlin nicht nochmal entschieden haben, weil wir 2045 Sorge haben, es nicht zu erreichen, machen wir das Ziel 2040 daraus. Das haben wir leider in der Vergangenheit immer erlebt, sondern dass wir in die Maßnahmen gehen, wie wir die Zielerreichung schaffen und keiner hat was dagegen, schneller fertig zu sein. Aber ich glaube, wir müssen deutlich machen, dass Maßnahmen dafür notwendig sind. Und wir haben unterschiedliche Felder, um die wir uns kümmern müssen. Aber gerade das Thema Wärme spielt dabei eine ganz entscheidende Rolle. Immer mehr, immer intensiver und in der Vergangenheit, in den letzten Jahren so ein bisschen in den Hintergrund getreten. Warum war das eigentlich so? Wir haben eine Zeit erlebt, wo wir extrem hohe Energiepreise hatten, wo das Thema zweite Miete eine unglaubliche öffentliche Diskussion ausgelöst hat. Und damit natürlich auch einen erhöhten Druck, dass wir in dem Bereich tätig sein müssen. Wir haben dann auch eine Situation erlebt, wo eine Normalisierung, so nenne ich es mal vorsichtig, stattfindet. Und was wir jetzt haben, ist eine Explosion der Preise. Das ist natürlich die Frage, wie kommen wir an die Ursache der Preisentwicklung ran. Aber machen wir uns nichts vor, die fossile Energie wird teurer werden. Sie ist jetzt nicht durch den CO2-Preis so teuer, wie sie jetzt ist, aber sie wird in den nächsten Jahren sich weiterentwickeln. Und wir müssen sozusagen die Lösung nicht nur darin suchen, zu sagen, wie kriegen wir jetzt den Preis in den Griff, das gehört dazu, sondern vor allen Dingen müssen wir dafür sorgen, wie kriegen wir den Umstieg hin von der fossilen Energie, der Wärmeversorgung hin zu erneuerbaren. Und vor allen Dingen, wie kommen wir dahin, dass wir weniger Energie für Wärme brauchen, weil alles, was wir in Energie brauchen, muss auch erzeugt werden. Egal, wo es herkommt, ob es gefördert wird oder ob es am Ende über erneuerbare Energien erzeugt wird. Das ist, glaube ich, wichtig dabei. In einer Zeit, wo wir trotzdem immer wieder betonen müssen, warum wir das machen. Weil es ist ja sozusagen kein Selbstzweck zu sagen, ich habe hier eine nette Heizungsanlage und ein einigermaßen isoliertes Haus und jetzt nehme ich viel Geld in die Hand und morgen mit einem neuen System und einem mindestens in Teil notwendiger Ertüchtigung des Gebäudes, weil es, glaube ich, auch klug ist, dass wir so wenig wie möglich an Energie verbrauchen für das, was wir wollen, einen Wechsel herbeiführen. Deswegen, denke ich, müssen wir auch immer wieder betonen, was ist die Ursache unseres Handelns. Auch das habe ich übrigens gemerkt in der Corona-Diskussion. Wir, glaube ich, alle irgendwann war so dieses Gefühl, warum wir diese Maßnahmen ergreifen, ein bisschen verschwunden. Ist das überhaupt notwendig alles? Und Vorsicht, die Klimaschutzdebatte ist eine ganz andere, aber wir geraten immer wieder in die Debatte, muss das denn überhaupt sein? Muss es in der Geschwindigkeit sein? Müssen nicht ganz andere etwas anderes leisten? Kann ich überhaupt mit meinem Teil dazu beitragen, dass wir tatsächlich die Klimaziele schneller erreichen? Deswegen ist das Thema Klimaschutz, also die Ursache, warum wir uns überhaupt mit der Frage so intensiv beschäftigen, eine ganz elementare Frage, die wir immer wieder betonen müssen. Und auch da ist, glaube ich, allen bewusst, dass der Klimaschutz notwendig ist. Wir alle erleben, dass der Klimawandel da ist. Aber wir alle wissen auch, wie schwierig das manchmal ist zu beschreiben. Wir haben in Niedersachsen inzwischen eine seit den Zeiten 1881 gestiegene Temperatur von 1,7 Grad, wenn wir über 1,5 Grad reden. In Niedersachsen sind wir schon höher, international sind wir noch nicht, Gott sei Dank, auf dem Niveau. Aber wenn man dann in der Bevölkerung diskutiert und sagt, naja, überlegt mal, welche Auswirkungen das hat, dann sagen die, naja, aber 2 Grad ist 2 Grad das Problem. Und nur wenn ich sensibilisiere für die Ursache des Handelns, habe ich auch die Chance, dafür zu werben, dass auch Maßnahmen ergriffen werden müssen. Und ich glaube, dass wir das besser beschreiben müssen, welche Konsequenzen das hat. Und ich will Sie gar nicht an den extremen Ereignissen im letzten Jahr festmachen, die wir alle gesehen haben, sondern an dem, was wir alltäglich erleben, was für Auswirkungen wir haben. Und ich glaube, dass die Klimafolgen, die wir erleben, ein leider spürbares und sichtbares Beispiel sind. Ich habe als zuständiger Minister im letzten Jahr entschieden, dass wir den Bau der Deiche an der Küste, also dem Küstenschutz, unterbrechen, weil wir eben jetzt nicht mehr mit einem halben Meter Vorsorgemaß arbeiten, sondern mit einem Meter. Nicht, weil wir das Gefühl haben, lass uns mal die Deiche ein bisschen höher bauen, sondern weil es die sozusagen erkennbaren, sichtbaren und abschätzbaren Folgen des Klimawandels ist, die zum Teil in der Prognose erst in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts eintreten. Da werden schon wieder einige sagen, naja, das ist ja noch lange hin. Der Blick auf unsere Kinder oder Enkelkinder zeigt uns, glaube ich, dass die das alles erleben werden und die dann folgende Generation das Recht. Also es ist greifbar. Wir reden nicht davon, dass irgendwann irgendetwas passiert, sondern wir erleben es in den Extremen, die zunehmen werden, schon jetzt, sowohl in dem schlimmen Jahr im letzten Jahr, 2017 Extremnass, 18, 19, 20, der Kampf ums Wasser. Wir haben uns sozusagen in vielen Stellen auseinandergesetzt, ob Wasser für alle Anwendungen zur Verfügung ist. Das ist auch eine Diskussion, die wir so lange nicht kannten. Das sind alles Folgen, die zeigen, dass nur wenn wir konsequenten Klimaschutz ergreifen, wir in der Lage sind, tatsächlich voranzukommen. Und ich glaube, man muss immer beschreiben, was passiert, wenn wir nichts machen. Wenn wir nichts machen, bleibt es nicht, wie es ist, sondern wir kommen auf vier oder fünf Grad. Und vier oder fünf Grad hören sich vielleicht für den einen oder anderen auch nicht so dramatisch an. Aber weltweit fünf Grad weniger ist eine Eiszeit. Bei fünf Grad mehr wollen wir uns lieber nicht vorstellen, was das bedeutet. Also ich glaube, das ist wichtig dabei, im Kontext dessen, was wir machen, auch zu beschreiben, dass es notwendig ist, zu mobilisieren und zu motivieren. Und das macht es vielleicht besonders schwierig. Es ist eben kein linearer Effekt, den wir haben, sondern das Stichwort der Kipppunkte, das Stichwort der beschleunigenden Effekte macht es in der Diskussion manchmal schwieriger. Umso wichtiger ist dann, wenn wir sagen, wir müssen in den Klimaschutz investieren, zu schreiben, welche Vorteile das eigentlich hat. Klimaschutz als Chance zu begreifen und nicht nur als Belastung. Als Belastung, ich habe es vorhin beschrieben, sind es vor allen Dingen die Folgen, weil sie Geld kosten, sondern das, was wir als Klimaschutz machen, ist eine riesige Chance. Wir haben uns im Bund dazu festgesetzt, mit dem Klimaschutzgesetz für die Klimaneutralität 2045. Und ich will sagen, ob es 2045 oder gerne fünf Jahre eher sind, das ist für mich gar nicht die Frage. Entscheidend ist, dass es Null ist. Wir haben in der Vergangenheit leicht diskutiert, dass wir von 80 auf 80 bis 95 Prozent Reduzierung CO2 kommen. Also, was ist bei den Leuten hängen geblieben, 80 Prozent. Und in den verbleibenden 20 Prozent hat sich jeder wiedergefunden. Die Wärmeversorgung hat gesagt, dann geht ja noch ein großer Teil. Die Mobilität hat gesagt, da können wir noch ein bisschen mit Verbrennern fahren. Und die Kohlekraftwerke haben gesagt, da können wir ein bisschen länger laufen. Die 20 Prozent sind wirklich mehrmals aufgebaut worden. Die Entscheidung zu sagen, wir kommen auf Null, ist genau die Grundsatzentscheidung, dass es keine Alternativen gibt, keine Ausflüchte, keine Möglichkeit zu sagen, aber bei mir, da gibt es doch noch andere Möglichkeiten. Das fokussiert unglaublich stark auf alle Sektoren, auf alle Bereiche, dass wir dort Lösungen finden müssen und passt natürlich an der Stelle eben auch hervorragend zum Thema Wärme und passt auch hervorragend zum Thema Lösungen, die wir für das Thema Wärme brauchen und entwickeln müssen. Das fängt bei ganz banalen Dingen an, nämlich beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Weil wir brauchen nicht über die Wärmepumpe reden, wenn wir vorher die Energie nicht auch klimaneutral haben. Also muss das als low-hanging fruits die Lösung sein. Und da sind wir wieder beim Thema Energiepreise. Warum sind die Energiepreise so hoch? Vor allen Dingen natürlich auch deshalb, weil beim Thema Gas wir auf den Import von Energie angewiesen sind, beim Import von Energie der Produzent und Verkäufer den Preis bestimmt. Und das erleben wir gerade, eine Knappheit, die entstanden ist, wirtschaftlicher Aufschwung, leere Kavernen. Das ist natürlich auch eine unglückliche Lösung in der Situation, in die wir geraten sind. Also der Gaspreis ist hoch. Und das, was wir leider auch erleben, woran wir denken müssen bei dem Thema Wärmepumpe, der Strompreis auch. Weil wir natürlich einen Gaspreis haben, der dazu führt, dass bei Strombedarf Gaskraftwerke gelaufen sind und bei dem System des Strommarktdesigns am Ende der teuerste den Preis bestimmt, das war jetzt die Gaskraftwerke. Also das heißt, der Gaspreis hat sich mehrfach ausgewirkt. Die beste Lösung wäre, wenn wir ehrlich sind, nicht dafür zu sorgen, dass wir noch mehr Stellen haben, wo wir Gas herkriegen, sondern natürlich unabhängig zu sein von Importen von Energie. Wohlwissend, dass das nicht in Gänze möglich ist. Aber je unabhängiger wir werden, je selbstbestimmter können wir auch festlegen, wie Energiepreise sind und je besser ist die Situation. Wichtig aber trotzdem, die Auswirkungen, die wir über den Gaspreis am Strompreis haben, ist natürlich fatal für das, was wir diskutieren. Weil da ist zwar auch Gas teurer geworden, aber leider auch Strom. Das heißt, wir müssen dafür sorgen in der jetzigen Debatte, dass wir natürlich denen helfen, die besonders betroffen sind. Aber bitte denen, dass wir aufpassen, ich will das ganz bewusst sagen, nicht mit pauschalen Lösungen alles zu lösen. Also ich habe großes Verständnis für Mehrwertsteuersenkung. Aber damit ist kein Beitrag für Klimaschutz geleistet. Damit ist kein Geld da, womit wir Klimaschutz finanzieren. Und damit habe ich in wenigen Teilen denen geholfen, die Hilfe brauchen und in großen Teilen denen geholfen, die gar keine Hilfe brauchen. Das ist der falsche Weg. Also wir müssen da wirklich aufpassen, dass wir uns gezielt darum kümmern, zu helfen, zu unterstützen und lieber zu sagen, wenn du denn morgen bei diesen Energiepreisen eine andere Lösung willst, dann brauchen wir eine andere technische Lösung und nicht den subventionierten Gaspreis, der sozusagen es dir möglich macht, dass du heizt. Sondern wir müssen jetzt eine Übergangslösung für die Betroffenen haben, aber wir müssen substanziell in Veränderung investieren. Das kommt leider im Moment zu kurz. Das in der politischen Debatte ärgert mich sehr, mal abgesehen davon, dass die Mehrwertsteuersenkung mal eben 10 Milliarden kosten würde. Da würde ich lieber 10 Milliarden investieren in Klimaschutz. Lass uns lieber Programme machen, mit denen wir da anreizen, dass das umsetzbar ist. Übrigens jedes Jahr 10 Milliarden, also nicht, dass der Einung entsteht, es sei nur einmal. Wenn wir das intensiv einsetzen könnten, dann hätten wir morgen viel mehr erreicht. Wir müssen sozusagen nur den Übergang abführen. Also da brauchen wir eine ehrliche Debatte bei allem Verständnis, dass wir jetzt helfen müssen, ohne Frage, aber bitte denen, die Hilfe brauchen und dass wir dann aber substanziell in Veränderung investieren müssen. Das heißt aber auch, wir müssen die Erneuerbaren ausbauen. Wir hatten intensive Gespräche schon mit den Kolleginnen und Kollegen in Berlin, mit Patrick Reichen, der, glaube ich, mit einer hohen Kompetenz als Staatssekretär sozusagen eine Vorstellung hat, wie sich Energiewende auch umsetzen, mit Robert Habeck, der eine feste Vorstellung davon hat, was sich dort entwickeln soll und wie wir es umsetzen. Und in der Erkenntnis, dass wir beim Ausbau der Erneuerbaren deutlich vorankommen müssen. Und ich meine, der natürliche Partner, Schwester hatten wir schon, das war der Wasserstoff, aber das lassen wir heute mal weg, aber der natürliche Partner ist ja durchaus auch die Photovoltaikanlage. Die passt ja wunderbar. Und das, was wir gerade erleben ist, wenn wir auf die Dächer schauen, ernüchternd finde ich, zutiefst ernüchternd. Selbst im Neubaubereich finden wir, naja, eine begrenzte Akzeptanz dessen, was wir da haben. Deswegen haben wir in der Gesetzgebung in Niedersachsen der NBO gesagt, wer heute eine Halle baut, eine Gewerbehalle baut, der muss da Photovoltaik drauf machen. Da gibt es ja gar keine Frage. Eigentlich müsste es sowieso, aber wir haben es sicherheitshalber gesetzlich vorgegeben. Wir sind jetzt in der Debatte, müsste man es im Neubaubereich nicht auch? Ja, natürlich müsste man es, weil es sozusagen der beste Weg ist. Aber es ist sozusagen immer schwierig, am Ende eine Akzeptanz für Vorgaben zu haben. Aber mal ehrlich, wir geben so viele Dinge im Hausbau vor, beim Thema Wärmedämmung, Energiestandard des Gebäudes, dass aus meiner Sicht gar kein Weg dran vorbeiführt, dass wir dafür sorgen, dass auf dem Dach Photovoltaik ist. Aber umgekehrt müssen wir auch die vielen Dächer, die wir haben, mit Photovoltaik belegen. Und das würde bedeuten, dass wir attraktiver werden müssen. Also Deckel weg, Degression weg. Und ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sein, ich glaube, dass wir da einen Cent oder anderthalb draufpacken müssen. Weil für das, was wir heute kriegen, packt keiner mehr auf sein Dach, als er selber gebrauchen kann. Aber wir retten die Welt nicht damit, dass jeder auf sein Dach das packt, was er braucht. Wir retten sie nur damit, dass wir jede Fläche nutzen, damit wir insgesamt so viel Energie erzeugen, wie wir haben. Wir müssen irgendwie neu denken. Wir müssen auch in wirklich Energie-Clouds denken. Das ist doch eigentlich völlig wurscht, weil das Extrembeispiel im Reihenhaus, ob auf dem Nachbar das Dach mit Photovoltaik belegt ist, den Strom nutzt oder auf meinem. Aber von wegen. Wir müssen sogar noch einen Meter Abstand halten. Also das heißt, wir gehen von völlig falschen Grundsätzen aus. Und mein Wunsch und mein Ziel, ein Stück weit gebe ich zu, auch meine Hoffnung ist, dass wir das in Berlin adressieren können. Das sind wirklich low-hanging fruits, die Dächer zu nutzen, mit Photovoltaik zu belegen und zum natürlichen Partner auch der Wärmepumpe zu machen. Das Gleiche gilt auch für Freiflächen-PV. Das wird ohne nicht gehen. Wir brauchen 65 Gigawatt in Niedersachsen an Photovoltaik installierter Leistung, um 2040 die gesamte Energie aus Erneuerbaren zu erzeugen. 50 Gigawatt kriegen wir auf die Dächer, 15 Gigawatt müssen wir noch auf die Fläche bringen, sind 15.000 Hektar. Hört sich schlimm an. Wenn wir mal erinnern, wir haben Moorflächen, die wir wiedervernässen müssen. Wir haben Gebiete, in denen wir aufgrund der trockenen Struktur gar nicht mehr verregnen können. Naja, und heute gewöhnen wir uns auch daran, dass wir für ein Hektar Photovoltaik, wenn wir das mit Biomais oder Biogas lösen, 30 bis 50 Hektar brauchen. Also wir müssen davon wegkommen, dass das etwas Böses ist. Wir brauchen das, genauso wie wir die Windenergie brauchen. Auf See sind wir, glaube ich, einen Riesenschritt weiter mit den 70 Gigawatt. Das sind, glaube ich, 25 Anschlussleitungen mindestens durch Niedersachsen. Das muss man auch den Menschen erst mal erklären, was da auf uns zukommt. Das ist aber auch eine Chance, wenn wir das vernünftig in Multiterminalstrukturen machen im Norden, dann steckt da ganz viel Energie drin, die wir auch nutzen können. Also wir müssen sozusagen größer denken. Wir brauchen aber auch Windenergie an Land. Das ist eines der schwierigsten Themen. Ich weiß gar nicht, was schlimmer ist, ob man den Menschen Fracking vor Ort verkauft oder eine Windenergieanlage. Das ist alles ein Gewinnerthema, aber an Windenergie kommen wir nicht vorbei. Wir müssen den Mehrwert steigern, dass am Ende auch die auf dem Land den positiven Effekt sehen. Die 0,2 Cent sind ein guter Weg, reicht aber nicht aus. Wir müssen dafür sorgen, dass sich Bürger stärker beteiligen, Kommunen stärker beteiligen können. Ich glaube, dass wir jetzt wirklich wieder bei Bürgerwindenergie, der De-Minimus-Lösung mit 18 MW angekommen sind. Das ist schon mal ein Anfang wieder und ich glaube, das Windrad, das ich sehe, bei dem ich das Gefühl habe, das gehört ein Stück weit auch mir, wird breiter akzeptiert als das Gefühl, dass nur wenige daran profitieren. Da müssen wir einfach hinkommen und auch da haben wir die Chance, dass das funktionieren kann. Vom Netzausbau will ich gar nicht reden. Da macht man sich auch keine Freunde mit, wird aber keinen Weg daran vorbeiführen. Und ich bin froh bei Frau Blume, dass Frau Blume sozusagen im Grunde die Energiewende in Gänze repräsentiert, weil sie natürlich sagt, wenn wir die Zukunft gestalten wollen, dann brauchen wir Strom und Gas, Elektronen und Moleküle. Wir müssen das ganzheitlich denken. Das finde ich immer so wichtig, weil wir manchmal in der Wärmepumpendebatte oder in der Wärmedebatte so eine Konkurrenz haben. Wir früher auch bei PV und Wind. Das eine ist gut und das andere bringt eigentlich nichts. Das ist falsch. Wir brauchen bei der Wärme erstmal Wärme, die klimaneutral ist. Dann werden wir sehr intensiv auch in Wärmennetze denken müssen. Dann werden wir überlegen, wie wir die Wärme, die wir brauchen, erzeugen. Und da wird es unterschiedliche Lösungen geben. Da wird es definitiv in einer großen Menge das Thema Wärmepumpe geben, weil es eine Riesenchance ist, die wir nutzen können und auch einfach zu lösen ist. Aber wir werden im Quartiersbereich auch andere Lösungen haben. Warum auch nicht? Das Modell stationäre Brennstoffzelle von Bosch, ein spannendes Objekt, weil wir Residuallast brauchen. Wir müssen Strom auch dann erzeugen, wenn unsere Erneuerbaren keinen Strom erzeugen. Das kann ich gleichzeitig für Wärme nutzen. Also wir müssen halt breiter denken. Wir dürfen nicht das Gefühl entwickeln, wenn es etwas neben mir gibt, dann bin ich nicht mehr gut. Also wenn es einen sozusagen auch weitere Lösungen als die Wärmepumpe gibt, bleibt die Wärmepumpe ein ideales Instrument, bei dem wir so viel Ausbau und Aufwand noch haben, der vor uns liegt, dass wir uns keine Sorgen machen müssen, dass uns die Arbeit ausgeht. Was ist der Bereich, wo wir ran müssen? Und das ist tatsächlich der Gebäudesektor und der Wärmesektor. Wenn wir die Quoten der Sanierung, und ein Stück weit ist das Thema Wärmepumpe ja auch ein Stück der Sanierung ansehen, dann sind wir mit 1% Sanierungsquote gut unterwegs und müssten ja eigentlich in 100 Jahren fertig sein. Haben aber gerade festgelegt, dass wir 2045 schon klimaneutral sein wollen. Und dann fangen alle an, nachzurechnen, wie hoch die Sanierungsquote dran wäre. Und wir stellen gerade fest, mit der 1% Sanierungsquote und dem Neubau gibt es schon kein Handwerker mehr. Wir stehen vor einem Riesenproblem. Mir ist noch nicht klar, wie wir das lösen wollen. Wie es uns gelingen soll, dass wir sozusagen nicht nur in der Wirtschaftlichkeit und in der Theorie beschreiben, wie klug es ist, den Weg in die Wärmepumpe zu gehen, in die Wärmesanierung zu gehen, sondern wie wir es praktisch auch umsetzen. Also ich meine, das ist, glaube ich, sind wir uns einig, von diesem Tag, von dieser Veranstaltung geht auch ein Signal an gerade die jungen Menschen in der Gesellschaft aus, die mit ihrem Beitrag, den sie freitags auf der Straße geleistet haben, den Grundstock für ein Klimagesetz gelegt haben. Und das ist pure Demokratie, die wir da gerade erlebt haben, das sozusagen friedlicher Protest, friedliche Forderungen dazu geführt hat, dass Gesetzgeber mindestens deutlich schneller gehandelt haben, als sie sonst gehandelt hätten, dass wir einen großen Teil von denen auch begeistert gewinnen, sozusagen praktischer Klimaschützer zu werden, ins Handwerk zu kommen, eine Ausbildung zu machen, dabei zu sein, wie es uns gelingt, Deutschland wirklich klimaneutral zu machen, weil nur mit einem Zettel, nur mit einem Plakat und nur mit schönen Worten wird uns das auch nicht gelingen. Sondern was wir brauchen, ist handfeste Arbeit, Handwerk brauchen wir dafür, auch Industrie, die produziert und fertig, da sind wir uns, glaube ich, einig, aber ohne einen substanziellen Schub im Handwerk, ohne die, keine Ahnung, wahrscheinlich Daily Soap, in der der coolste Typ der ist, der auf dem Dach die Photovoltaikanlage installiert und nicht der, der im Designstudio irgendwie eine App programmiert, wird es nicht gehen. Vielleicht müssen wir das nochmal bei der Kern machen, oder? Wenn wir nochmal so eine coole Soap auf den Weg bringen, wäre das ja nochmal eine Lösung. Aber vielleicht ist der Aufwand zu groß. Aber das brauchen wir, wir brauchen ein Image dafür. Ein Image nicht nur für eine Technik wie die Wärmepumpe, sondern ein Image für die coolen Frauen und Männer, die sozusagen sich zu eigen gemacht haben, eben den praktischen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Also ich wünsche mir, dass uns das gelingt, weil wir es wirklich brauchen, denn im Gebäudebereich ist viel zu tun. Allein in Niedersachsen sind es 19 Prozent, die in Niedersachsen für die CO2-Emissionen verantwortlich sind. Wenn wir dann nochmal die großen anderen Bereiche dazunehmen, Moor nochmal, 11 Prozent könnten wir auch selber lösen, sind ja Bereiche, die uns nicht wehtun würden, wo Klimaschutz keine Strafe wäre, sondern Klimaschutz ein Gewinn ist. Also das müssen wir, glaube ich, immer deutlich machen, dass die Leute nicht aus Angst bei dem Begriff abschalten, sondern sagen, da kommt bestimmt ein kluger Vorschlag, den wir aufgreifen können. Und was mir ganz wichtig ist, gerade beim Thema Gebäude, und das ist eine intensive Debatte, die wir auch mit der neuen Bauministerin Clara Geibitz haben, aber natürlich auch mit Robert Habeck, wie setzen wir die Standards? Da bin ich auch mal auf eine Diskussion gespannt, weil wir müssen schon aufpassen, dass wir das, was wir uns vornehmen, auch noch lösen. Und wir haben im Moment die Diskussion der Neubaustandards, die wir auch wild diskutieren, auch bei den Umweltministern ganz intensive Debatte. Ich kann aber nur sagen, es ist nett, dass wir das alles diskutieren, aber schaut euch mal bitte den Bestandswohnungsbau an, das ist unser Problem. Und nicht, ob der Neubaustandard jetzt vielleicht nochmal irgendwie fünf oder zehn Kilowattstunden weniger bedarf. Das ist, glaube ich, ein Irrblick. Und das Zweite, was ich mir wünsche, das hat ja auch die Koalition in den Koalitionsvertrag geschrieben, doch stärker auf eine Klimabilanz zu kommen. Nichts gegen die Energiebilanz. Wir müssen uns schon überlegen, dass wir nicht im Zelt wohnen, nur weil die Energie klimaneutral ist. Aber wir müssen darauf achten, dass das sozusagen der eine Aspekt, die Energiebedarf ist, der andere Aspekt aber eine echte Klimabilanz ist. Und da ist übrigens das sanierte Gebäude besser als das neu gebaute Gebäude. Also auch diese Antworten müssen wir geben. Sonst ist es sozusagen nur Ideologie. Dann verkaufen wir etwas, weil wir sagen, das wäre gut. Aber in der ganzheitlichen Betrachtung, und nur die hilft uns, die Welt zu retten, versagen wir. Das dürfen wir nicht machen. Deswegen halte ich das für ganz, ganz wichtig, dass wir wirklich Klimabilanz eines Gebäudes insgesamt betrachten. Und dann zeigt sich auch der große Stellenwert, den wir haben. Wenn wir das Quartier betrachten, dann zeigt sich aber auch der große Stellenwert, dass wir optimale Lösungen wie die Wärmepumpe auch wirklich konsequent einsetzen können. Ich freue mich, und erneute, das ist ja auch ein Erfolg der Kehren, dass gerade das Thema kommunale Wärmeplanung eine so große Rolle spielt. Das war am Anfang für viele so ein ungewöhnlicher Punkt. Was hat die Kommune mit der Wärmeplanung zu tun? Aber wer soll das sonst machen? Weil das sind diejenigen, die vor Ort sehen, wo sind Quellen und wo sind Senken. Und wie schaffe ich daraus ein Netz? Und ich erinnere mich an die Veranstaltung, die wir hatten, bald ja wieder hoffentlich, wo wir dann über Projekte gesprochen haben, wo kalte Nahwärme eine Rolle gespielt hat, wo man überlegt hat, da ist eigentlich eine Wärmequelle, eigentlich in der Entfernung, bei der ich denke, das ist ja uninteressant, wo ich über ein solches Netz trotzdem in der Lage bin, Wärmeversorgung sicherzustellen. Also wir müssen den ganzheitlichen Ansatz sehen, weil die Wärmepumpe ist Teil der Lösung und zwar ein ganz wesentlicher, aber ist natürlich nicht die alleinige Lösung. Damit werden wir das auch nicht voranbringen. Sondern wir müssen dafür sorgen, dass das, was die Vergangenheit geprägt hat, mich selber auch, ich fand es überhaupt nicht ungewöhnlich, dass wir große Kraftwerke haben, bei denen wir 40 Prozent der erzeugten Energie genutzt haben als Strom und mit 60 Prozent unsere Flüsse und die Nordsee gewärmt haben. So sind wir ja aufgewachsen. Und heute fragen wir uns, warum haben wir diese 60 Prozent Energie nicht genutzt, die wir ja erzeugt haben, wo wir ja CO2-Emissionen verursacht haben. Aber das war in den Köpfen drin, dass man das Gefühl hat, wir können ja nur den Strom gebrauchen, der Rest ist sozusagen Abfall und über. Und das hat sich verändert. Wir sagen, bei all dem, was wir tun heute, wir müssen den Blick auf die gesamte Energiebilanz haben, den Gesamtwirkungsgrad betrachten. Und das, glaube ich, wird ein ganz entscheidender Aspekt für die Zukunft der Wärmeplanung und der Nutzung der Wärme sein und der Unterstützung und sozusagen des Einsatzes, der vor allen Dingen dann eben auch bei der Wärmepumpe eine Chance hat und eine Rolle spielt. Die Chancen sind zumindest riesengroß. Gott sei Dank auch mit Produktion in Niedersachsen. Wir verkaufen ja immer das Thema Arbeit, Klima, Wirtschaft. Und natürlich ist schön, dass die Wärmepumpe nicht etwas ist, was irgendwo herkommt, sondern auch etwas ist, was wir auch in Niedersachsen produzieren. Ich glaube, da sind wir auch verdammt stolz drauf, weil es ein tolles Produkt ist. Und wir sehen ja auch, dass da Investitionen jetzt ausgelöst werden, weil man erkennt, das ist ein Zukunftsmarkt, der da ist. Aber das ist, glaube ich, auch ganz entscheidend. Wir müssen Wertschöpfung auch im Land halten, um auch dort den Menschen zu zeigen, das ist nicht nur Teil des Klimaschutzes, das sorgt hier für Arbeitsplätze. Fängt bei den Erneuerbaren an, die wir hier produzieren, installieren und warten. Und genauso gehört die Wärmepumpe als ganz wesentliches Element dazu. Das müssen wir, glaube ich, betonen, auch stärker betonen, und zu sagen, dass das nichts ist, wo wir nur auf andere angewiesen sind, sondern unglaubliches Know-how haben. Und dafür ist der Markt riesengroß, von jetzt 1,1 auf 5 Millionen die Menge zu steigern. Im Grunde gibt es ja nach oben keine Grenze. Sondern es ist die Frage, wie attraktiv ist der Strompreis? Wie attraktiv ist der Strompreis im Wettbewerb zum Gaspreis? Weil es immer eine relative Betrachtung ist. Und natürlich die Frage, was ist tatsächlich notwendig? Und ich finde, das war ein unglaublich wichtiger Hinweis. Der Gedanke ist schon, für mich ist eigentlich die Wärmepumpe nicht geeignet. Und die Antwort ist dann, na ja, ich habe ja auch Gas und dabei bleibe ich. Und der Weg muss sein zu sagen, na ja, guck doch mal nach. Die Wärmepumpe ist eben nicht die Lösung für den Hocheffizienz-Neubau. Und ansonsten geht es nicht. Aber das ist wie der gesunde Spinat. Das steckt in den Köpfen drin. Und dann wählen die Eltern ihre Kinder da immer noch mit, obwohl der Spinat gar nicht so gesund ist. Und so steckt in den Köpfen eben auch drin, dass die Wärmepumpe nur etwas ist, wenn ich sozusagen mit einem hohen Energiestandard neu baue. Und wir müssen deutlich machen, und das finde ich gut auch an dieser Veranstaltung, das ist selbstverständlich, da müssen wir nicht mehr drüber reden. Aber wir müssen darüber reden, dass die Sanierung im Bestand oder das Gebäude im Bestand eine Chance ist. Und da, wo es nicht geht, da muss man sagen, da ist es vielleicht nicht die Lösung. Aber wir müssen deutlich machen, wo es möglich ist. Und das, glaube ich, muss auch unser Fokus dabei sein, weil der Vergangenheitsfokus eben in der Öffentlichkeit sehr stark ausgerichtet war auf den Neubau. Und wir jetzt die Transformation suchen müssen und auch gehen können in die Bestandssanierung, weil da müssen wir hin. Da sparen wir übrigens noch mehr CO2 ein, wenn es uns gelingt, dort die Wärme entsprechend, Wärmeerzeugung entsprechend umzustellen. Wir müssen das Thema Bezahlbarkeit im Blick haben. Deswegen habe ich vorhin gesagt, das Thema Strompreis wird eine ganz entscheidende Rolle spielen. Dort werden wir nach Lösungen suchen müssen. Das war auch einer der Effekte, die wir erlebt haben in der Mobilität, dass das natürlich eine entscheidende Frage ist, der Gesamtkostenbetrachtung. Das ist bei der Wärmepumpe, glaube ich, immer die Antwort, die wir geben müssen. Das ist am Anfang recht teuer und es rechnet sich auf jeden Fall. Und natürlich ist die Anfangsinvestition das, was viele im Blick haben. Also auch da müssen wir, glaube ich, aufzeigen auf einer Bilanz her, wie rechnet sich das und auch vielleicht da entsprechend sicherstellen, dass die Finanzierungsmodelle eben nicht die Anfangsinvestitionen im Blick haben, sondern wie wir das von Contracting-Modellen auch kennen, eben im Blick haben, meine Kostensituation, die ich habe. Also, glaube ich, müssen auch andere Antworten geben, die da funktionierende Lösungen finden. Also, ich bin überzeugt, dass das nicht nur ein ganz zentrales Thema ist, sondern dass wir heute mit dem ersten Wärmepumpentag einen hervorragenden Aufschlag dafür leisten, die Sensibilität für dieses Thema zu erhöhen. Wir sind in so einer Blase unterwegs. Das muss uns immer wieder klar sein. Wir erzählen uns immer wieder das, was wir alles schon wissen. Und es muss uns gelingen, sozusagen die Blase zu öffnen und nach draußen zu gehen und an die zu kommen, die sich eben nicht jeden Tag mit der Frage beschäftigen, bei denen wir immer erstaunt sind, dass sie gar nicht das alles wissen, was wir denen erzählen oder was wir sozusagen jeden Tag wissen. Das wird unsere Aufgabe sein. Hier sich qualifiziert vernetzen und sich weiter stärken in der Argumentation und in den Details und nach außen gehen und eine breite Menge an der Gesellschaft erreichen und deutlich machen. Bevor du sagst, diese Lösung der Wärmepumpen ist nicht geeignet, frag erst mal jemand, der sich das genau ansieht. Und ich glaube, das kann uns gelingen. Hier sind zumindest viele vor Ort und digital dabei, die dazu einen Riesenbeitrag leisten können. Ich freue mich auf die Veranstaltung, freue mich auf die Diskussion und darf Ihnen nochmal ganz herzlich für die Einladung bedanken. Ich freue mich auf die Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf die Aufmerksamkeit.